So, huiuiuiuiui, wir sind wieder da, wir haben, ja man hört immer, wenn die Begrüßung so unter Schweißperlen steht, dann heißt das, dass wir eine, also dass wir die vorige Folge aufgenommen haben, am selben Abend, wie diese hier. Hört man das? Stimmt's, Falk? Hallo. Weil wir nämlich voll unter Stress stehen, weil das letzte Mal war ja diese Riesenaktion mit dem Gärtner in dem Laden, den wir da versucht haben zu braten und aufzuspießen und ja und dann hat er uns eingesperrt. Ja, komisch, gemein ist der, dass du jetzt einfach die Tür zumach. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt wieder zwei, drei Folgen brauchen, bis wir aus dem Laden finden. Wahrscheinlich, ja. Okay, also ich nehme mal an, dass wir aus dem Laden müssen. Genau, also es wurde gesagt, es ist eine Glastür, deswegen habe ich das mal untersucht und da im Laden brennt Licht, du siehst nichts Besonderes an der Glastür. Pass auf, wir machen das einfach mal so, öffne Glastür, weißt du? Ich meine, niemand hat gesagt, dass der abgeschlossen ist, oder? Ne, äh, ne. Äh, die Glastür ist offenbar abgeschlossen. Das war klar. Äh, pass mal auf, hier liegt aber ja noch die Lederjacke. Okay, ja, 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 stimmt. Und wir suchen mal die Lederjacke. Also, als wir die, äh, angezündet haben, da hat er die einfach ausgezogen aus unabhängigem So sieht es nämlich klar aus. Ich glaube, er hat in dem Moment, äh, gemerkt, dass die nicht mehr der aktuellen Mode entspricht und wollte sie einfach loswerden. Oder einfach, äh, zu heiß war. Der linke Schulterteil, pst, der linke Schulterteil und der Kragen sind verbrannt. Ach. Mit Genugtuung stellst du fest, dass du den Typen ziemlich heftig am Oberkörper und Kopf erwischt haben musst. Aha. In den Jackentaschen befindet sich, Doppelpunkt, ein Autoschlüssel für deinen Ford. Aha, schon mal geil. Nimm. Ein Abholschein und ein Anhänger. Du nimmst alle Gegenstände aus der Jacke und schmeißt sie dann in eine Ecke. Okay, also untersuche Anhänger. Ein alter, großer Anhänger für eine Halskette in Form eines Schmetterlings. Er kommt dir sofort bekannt vor. Das ist der Anhänger, den die Frau auf dem Foto aus den 70er Jahren getragen hat, das sich im Medaillon befand. Fällt dir wieder ein. Das Medaillon, das im Sarg in der Aufbahrungshalle lag. Sie ist die Mutter der beiden Brüder. Den Teil verstehe ich übrigens auch noch nicht, wer wir jetzt sind. Aber okay. Er ist stark verschmutzt. Also der Anhänger. Moment mal, das ist kein Schmutz, das ist Blut. Plötzlich bemerkst du, dass du dich beim Kampf mit dem Gärtner an der rechten Handfläche geschnitten hast und ein wenig blutest. Das ist dein Blut auf dem Anhänger. Offenbar hast du durch das Adrenalin, welches offensichtlich noch immer durch deinen Körper gepumpt wird, davon bis jetzt nichts gespürt. Okay, dann können wir jetzt untersuchen. Was haben wir noch genommen? Den Abholschein. Den Ford, glaube ich, den Autoschlüssel für den Ford brauchen wir, glaube ich, nicht untersuchen, oder? Nee. Dann Abholschein. Also weiß ich nicht, ja. Ja, sicherheitshalber müssen wir es machen, bevor da dran steht, weiß ich nicht, deine PIN ist. Das ist der Abholschein für die Apotheke. Gillies Hustensaft. Unter dem Namen deiner Tochter steht auch eure Adresse auf dem Schein. Ah, okay, deshalb das. Auch wenn es nur ein Stück Papier ist, der Name deiner Tochter, der sich in der Jacke dieses Kerls befand, lässt in dir wieder diesen unkontrollierbaren Zorn hochkommen und wenn da auch nur eine Spur von schlechtem Gewissen darüber war, dass du den Mann gerade schwer verletzt hast, ist es in diesem Moment wieder verflogen. Du zerreißt den Schein in kleine Papierfetzen und schmeißt diese hinter die Kasse, hoffend, dass im Falle, dass du diese Nacht nicht überlebst, der Gärtner sich eure Adresse nicht gemerkt hat. Mhm. Okay. Dann untersuchen wir nochmal den Autoschlüssel. Nur sicherheitshalber. Untersuch Autoschlüssel. Beschreibung. Dein Autoschlüssel. Vielen Dank. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, dass die Tür abgeschlossen ist und aus Glas ist. Schau dich um. Korrekt? Ja. Ich schaue mich nochmal im Laden um. Der kleine Laden ist mit unzähligen Blumensträußen und Gestecken vollgestellt. Im hinteren Bereich befindet sich eine Registrierkasse und eine Holztür, auf der ein Schlüsselhaken angebracht ist. Neben der Tür steht ein alter Kleiderschrank. Durch die Glastür in westlicher Richtung kann das Geschäft verlassen werden. Hm. Lame. Geht nämlich nicht. Der Licht schalters an. Auf dem Boden liegt eine halb verbrannte Lederjäger. Ach, ging das nicht mit der Tür da hinten? Was? Und so Holztür war da wirklich? Nee, in westlicher Richtung. Das ist, glaube ich, die Haupteingangstür. Wir könnten mal gucken, was war denn die Holztür? Holztür. Sie ist abgeschlossen. Haben wir einen Schlüssel? Nee, ne? Ich habe noch nicht ins Inventar geguckt, aber ich glaube nicht, ne. Können die... Autoschlüssel, Anhänger, Schmerztablette, Mantel, Gips. Können wir die Tür eintreten? Tritt? Tür? Ja, welche? Tritt, Holztür? Ja, ja, ja. Ja, okay. Man muss sagen, also Gewalt ist keine Lösung, aber wir haben ja auch einen Gips. Das ist schwierig, ne? Haben wir noch Flammenwerferöl, weil dann können wir die einfach abfackeln. Ey, jetzt sei mir nicht böse. Da ist eine Glastür. Ja. Ja, wir werden da wohl irgendwas... Ja, aber der will ja nicht dagegen treten, weißt du? Das tut ihm ja weh, dem Kleinen. Ja, logisch, also du trittst da auch nicht in die Glastür, macht doch keiner, aber du kannst ja was reinwerfen, einen Stein oder sowas. Hallo? Schmerztablette. Oh, ja, genau. Dann hat nämlich die Tür Schmerzen und sagt, aua, aua, ich gehe jetzt kaputt. Schlüsselhaken. Aber es gibt ja manchmal so Videos, wo Leute etwas zu wild eine Tür aufmachen, also jetzt nicht wirklich doll, aber nur so ein bisschen, und dann platzt die einfach plötzlich, weil die auch so Sicherheitsglas sind und dann einfach zersplattert. Geil, ich untersuche Schlüsselhaken. Da kann du sowas, also sowas findet er hier nicht. Dann untersuche ich nur noch die Haken und dann steht da mehrere Haken an der Holztür. In dem Haken? Nee, das geht auch nicht, ne? Die Haken kannst du nicht mitnehmen, okay. Ja, wo ist der Haken? Hier ist, pass auf, hier ist nichts drin. Wir können den Autoschlüssel gegen die Glastür werfen, aber ich glaube, das, also so schwach ist das Glas nur auch nicht. Untersucheregistrierkasse, da hatten wir... Pass auf, der Anhänger. Wirf, Anhänger. Obwohl, der ist auch eher filigran, oder? Wirf, Anhänger. Äh, auf oder gegen, gegen Glastür. Witzlos. Es gibt immerhin was Uniques. Äh, die Registrierkasse, da hatten wir ja vorher das Schmerzwittel drin gefunden. Die ist auch noch geöffnet. Ich untersuche nochmal... Alter, eine Kasse, weißt du, wie groß die, wie schwer die ist? Die kann ja nicht einfach jeder mitschleppen. Ja. Oder? Oder die ist festgemacht sogar. Naja, so eine Kasse muss da irgendwie... Muss doch festgemacht sein, sonst kannst du ja auch gleich das Geld so auf der Theke liegen lassen. Ja. Naja, oder nicht? Ja, genau, da ist halt festgemacht. Ja, willst du jetzt den Tisch... Oh, wir können den Tisch nehmen, wir können den Tisch... Äh, warte mal, die ist... Warte mal, ist da... Ist da nicht ein Tisch oder so? Weil wo ist denn die Kasse drauf? Keine Ahnung. Hast du die Kasse jetzt eigentlich untersucht? Ja, aber da steht halt nur, dass da Plastikeinsätze sind und so. Das hatten wir ja in einer der letzten Folgen schon mal bekommen. Also ein Tisch wird hier nirgendwo im Text erwähnt. Ja, komisch, wo steht die... Schwebt die im Raum oder was? Weil ich dachte jetzt, dass wir den Tisch anschieben können, weißt du? Und dann durch die... Durch die Tür rammen. Mhm. Warte mal, ich schieb einfach... Schieb... Schieb Tür zur Tür. Ich schieb die Kasse. Schieb Tisch zur Tür. Kann doch nicht sehen. Ich schieb die Kasse einfach. Registrier Kasse. Nichts passiert. Nee, ich nehme einfach mal die Kasse. Mal gucken, ob wir die... Weil die nicht zu schwer ist für unseren Schlucken. Ja, eben. Aber man weiß es auch nicht. Nimm Kasse. Als du versuchst, die schwere Kasse hochzuheben, durchzuckt dich ein starker Schmerz nebenbei. Oh, wollen wir die andere Tablette nehmen? Nimm Tablette. Was ist das? Nimm Tablette. Du schluckst die zweite Tablette. Wie schon bei der ersten Tablette, die du vor ein paar Stunden genommen hast, entfaltet sich ihre Wirkung innerhalb kürzester Zeit. Du fühlst dich ein wenig schwindelig, hast dafür aber fast keinen Schmerz mehr. Ich glaube, wenn wir jetzt versuchen, die Kasse hochzuheben, dann bricht das Bein einfach durch. Boah, Alter, guck mal hier. Du hebst die schwere Kasse hoch. Was? Alter, geil. Würf. Wie würf? Ähm, was ist das? Naja, jetzt haben wir die in der Hand, oder? Würf. Also ich... Kasse auf Glas. Auf Tür. Katerpum. Du wirfst die Kasse gegen die Glastür. Ja, aber jetzt mal, bevor wir weiterlesen, mal ganz kurz. Sollte eine Kasse nicht festgemacht sein, weil dann kann sie ja einfach jeder klauen. Aber du bist nicht sehr schnell damit, oder? Und scheinbar so schwer... Ja, aber wir könnten jetzt auch mit der Kasse einfach, also wegrennen. Ja. Gut, die Türen, die Tore sind zu, aber jetzt mal, verstehst du, was ich mache? Ja, ja. Sollte eine Kasse nicht irgendwie festgemacht sein? Du, Falk, hier ist noch nicht mal ein Tisch gewesen, wo die Kasse drauf ist. Von daher ist es das ganze Konzept müffelt. Okay, reden wir hier nicht lange um heißen Brei. Wir lesen einfach weiter. Du wirfst die Kasse gegen die Glastür. Die Scheibe zerbricht. Vorsichtig steigst du durch die Reste der Glasscheibe hinaus auf den Vorplatz. Ja, nicht schlecht. Vorplatz, auf dem Platz. Okay, also Vorplatz nochmal beschrieben, ne? Ja. Steht hier irgendwas Neues? Nö. Du hast zwei Punkte bekommen. Na, endlich. So. Können wir jetzt abhauen. Wir haben jetzt unser Auto. Ich wähle jetzt hier raus. Wir haben aber keinen Schlüssel, ne? Ach so, haben wir den Anhänger eigentlich schon mal geöffnet oder so? Geht das? Anhänger? Oder ist das der Anhänger, den wir vorher eh schon gefunden hatten? Oder wie ist das? Du kannst den Anhänger nicht öffnen. Ja, ja, ist ja der. Der hat ja schon im Text. Aber, ähm. Was müssen wir denn jetzt machen? Also wir können nicht gehen. Wir haben ja keinen Schlüssel für die Gittertore. Ach so. Und übrigens, ne? Wir haben auch keinen Spieß mehr und auch keinen Flammenwerfer. Stimmt. Was sollen wir denn jetzt machen? Das, äh. Das bringt mich glatt dazu, mal zu speichern. Oh, meine. Jetzt geht das Ganze von vorne los. Ja, irgendwie gefühlt sind wir nicht wirklich weiter. Außer, dass der Typ halt ein bisschen weniger Health hat. Okay. Weißt du, was ich immer mache? Nee, was denn? Es gibt ja so Spiele, wo du so eine Szene hast, wo du irgendwie lang rennst und dann tötet dich immer irgendwas und, ähm, und weiß nicht wohin. Was ich dann meistens mache ist, ich renne einfach mal blind los, ich ignoriere alle Monster oder was auch immer da ist, einfach nur um so ein bisschen so eine Orientierung zu bekommen. Und dann sterbe ich halt dreimal, renne einfach mal um irgendwelche komischen Ecken, einfach so um so ein Mapping zu machen. Okay, wo ist was ungefähr? Und stelle dann immer so diesen Angstfaktor aus. Cheaten nennt man das, ne? Den man, was? Cheaten, machst du dann einfach. Nein. Du cheatest einfach mal. Ich, äh, ich setze kreativ meine Möglichkeiten um. Ja, genau. Und jetzt könnten wir also auch einfach mal, weiß ich nicht, irgendwie nach Norden gehen und mal gucken, was passiert, wenn wir den Typi treffen. Wir können aber auch einfach mal nach Süden gehen, weil da ist das Keter-Tor. Vielleicht ist es durch Zufall offen. Ja, vielleicht ist der Typ halt, der ist halt ange, also der ist verletzt. Also der wäre ja doof, wenn er auf dem Friedhof blübe, oder? Ja, hallo, der Typ, der erschien jetzt nicht so beeindruckt von, weißt du, okay, der hat sich ein bisschen verbrannt, aber. Ich gehe mal nach Süden. Ich habe ja gespeichert. Du kannst in diese Richtung, nicht in diese Richtung gehen, wieso nicht? Da steht doch durch das große Gittertor hindurch, kannst du im Süden den Park. Ach so, okay, man sieht. Da ist halt ein Tor, ne? Ja, ich verstehe schon. Verstehen Sie das Konzept? Offensichtlich ist es nicht. Geißse. Ich kenne das Konzept Mauer. Okay. Das war ein Insider, aber egal. Also ich habe nicht verstanden, ich weiß nicht für wen, aber der, der ihn versteht, der wird sich jetzt sehr freuen. Ha, 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 wird er jetzt machen. Das ist ja ein toller Witz gewesen, wird er jetzt sagen. Ha, ha, ha. Also. Wollen wir jetzt nach Norden vielleicht? Wie wäre es damit? Aber warum? Weil wir jetzt, das habe ich doch eben erklärt, wir gehen jetzt einmal blind drauf los, checken einfach ein bisschen die Lage, schnüffeln und smacken hier mal ein bisschen rum, weißt du, wir cruisen und gucken mal, wie das Spiel reagiert, weißt du? Vielleicht steht dann sowas im Text wie, oh yeah, er hat dich gefunden, aber er humpelt und zuckt mit dem Auge und dann müssen wir, weiß ich nicht, ihm. Können wir ja immer noch nichts machen. Ja, kommen wir, ich gehe jetzt einfach nach Norden, keine Ahnung, wir müssen jetzt einfach mal zack, 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 weißt du? Alte Gräber, in diesem Bereich sind bla bla bla, Grabsteine, Verwaltungsgebäude, okay, ist mir egal. So, zack, nochmal nach Norden. Es geht nicht in die Richtung. Wo geht es lang? Man weiß es nicht. Vielleicht nach Osten. Ich drücke nach Osten. Boom. So, Dunkelheit. Es ist stockfinster. Du siehst nichts, was? Seit wann, was? Seit wann ist es da stockfinster? Stockfinster? Also bei mir steht jetzt oben spätnachts. Ja, aber vorher war es auch spätnachts und da hatten wir keine Probleme, irgendwas zu sehen. Ja, das stimmt, aber jetzt stimmt bei mir auch die Anzeige wieder. Jetzt steht wieder Freitag, der 14. Oktober 1997 spätnachts. Was ist denn hier los? Ich gehe einfach mal nach Westen. Da ist nämlich dieses, ähm. Okay, ja. Das Holzkreuz. So, und jetzt einfach nochmal nach Norden. Zack, großes nördliche Feld. Und hier ist doch eigentlich auch, das Grab von Tante Erna liegt in westliche Richtung. Okay, dann gehe ich jetzt mal hin. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Jetzt. Oh, das Grab wurde wieder zugeschaufelt. Vorsichtig und im Schutz eines Baumes suchst du das Areal nach den Männern ab. Nichts zu sehen. Da! Ein paar hundert Meter weiter westlich kannst du die roten Rücklichter des Baggers erkennen. Richtung Osten geht's zurück auf den Hauptweg. Du siehst hier einen beschädigten Sarg in Klammern, der leer ist. Okay, da sind wir ja rausgeklettert. Ja, dem Bagger hinterher, oder? Ich meine, was? In westliche Richtung, ja. Wir haben ja sonst anderen keinen Klug. Okay, aber erstmal speichern. Erstmal speichern, wir sterben gleich wieder. Der Bagger setzt nämlich zurück und fährt uns über den Fuß. Und da haben wir zwei. Ach so, ich bin schon nach Westen gelaufen. Okay, zack. Aber ich glaube, warte mal kurz, lassen wir mal Holz hochskrauben. Ich bin, ich habe gespeichert als, ja, aus dem Anwalt. Okay, zack. Okay, unbekanntes Grab. Etliche Reihen westlich vom Grab deiner Tante steht der Bagger neben einem anderen Grab. Dieses wurde, wie es scheint, ebenfalls gerade von den zwei Männern ausgehoben. Och, guck. Der Gärtner ist nicht zu sehen. Sein Bruder steht etwas abseits und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ach, das ist der Bruder. Ach, das ist der Bruder vom Gärtner. Ich dachte, wir sind der Bruder. Ja, aber das hätte, ja, deshalb bin ich ja immer so durcheinander, weil das hätte ja auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber es wurde, ja, es stimmt. So habe ich das auch immer irgendwie verstanden laut Text. Ach so, wir sind gar nicht der Bruder. Wir sind da einfach nur so reinget... Dann, dann findest du... Dann habe ich es zwischendrin echt nicht gerafft beim Leben. Ja, stimmt. Weil es klang zwischenzeitlich, als wären wir einer. Ja. Der, der, der zwei. Aber es macht ja alles keinen Sinn, ja. Okay, wir sind einfach nur so reingetapselt. Und es ist einfach so eine Geschichte zwischen denen. Ja, Leute, dann macht euer Ding. Who cares? Lasst mich einfach raus. Weißt du? Easy. Ja. Du könnt ihr... Ja. Aber dann, warte mal, dann verstehe ich den Part nicht. Warum unsere Tante... Ne, ist ja nicht unsere Tante vielleicht dann. Ach ne, warte mal, doch. Ne. Tante Erna, na klar. Ist das unsere Tante? Oder sind wir einfach nur... Ach ne, stimmt. Also, wir sind ja auch wegen einer Tante hin. Ja, oder so. Oder eine Oma oder so. Ich glaube, eine Oma. Aber warum... Ne. Oder? Ja. Alles wieder vergessen, ey. Ich weiß nicht mehr. Okay, also scheiße. Okay, also... Okay. Da steht der Typ. Wir haben gespeichert, ja. Wir sind hier im God-Mode. Wir machen einfach irgendwas. Genau. Wir quatschen den jetzt einfach mal an. Der steht da. Komm. Der war nett. Wir sprechen ihn mal an. Sprich mit... Ähm... Bruder. Ja, sprich mit Bruder. Okay. Vom Gärtner ist nicht zu sehen. Du humpelst dich in alle Richtungen umsehend zu dem Riesen. Seine Mine verändert sich kein bisschen, als er dich bemerkt. Mit dem Rest der weiß-lichtgrauen Farbe im Gesicht sieht er aus wie ein trauriger Clown, der gerade dabei ist, sich abzuschminken. Er kommt dir entgegen. Verdammt, wo sind die scheiß Diamanten? Scheiße. Hörst du plötzlich den Gärtner aus dem offenen Grab schreien. Ah, okay. Du stoppst wie angefroren. Wach machen hier... Achso, okay. Das ist jetzt der andere. Ja. Was machen sie hier? Hauen sie ab, sagt der Riese so leise wie möglich. Okay, der ist echt nett. Weißt du? Ich habe eine Idee. Wir schütten jetzt einfach das Grab zu mit dem Gärtner drin. Problem gelöst. Hm. Schau dich. Da kann der Gärtner sich auch viel effizienter um die Wurzeln der Pflanzen kümmern. Verstehst du? Wenn der unter der Erde ist. Das ist doch sein Job. Also, wenn ich mich jetzt umschaue, steht der gleiche Beschreibungstext nochmal hier. Hier steht nichts von Schaufel. Hier steht nichts von... Hallo, da ist ein Bagger. Steig in Bagger. Aber was nicht im Text steht... Der Packer ist zu. Öffne Bagger. Du öffnest den Bagger. Steig in Bagger. So, zack. Noch als du in den Bagger steigst, muss dich der Gärtner entdeckt haben. Denn nachdem du erfolglos nach dem Zündschlüssel suchst, ist bereits aus dem Grab geklettert und bei dir dann, obwohl er dir etwas anderes versprochen hat, geht alles sehr schnell. Du bist gestorben. Toll. So. Ich hingegen bin noch da und überlege, was ich tue. Wir haben... Ich gucke nochmal ins Inventar. Wir haben Autoschlüssel, Anhänger, Mantel, Gips. Okay. Wie wäre es mit... Wir sprechen nochmal mit dem Bruder. Pass auf, pass auf. Nee, nee, warte, 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 warte. Das ging ja nicht. Mit Sprich mit Bruder kam ja der Text gerade. Pass auf. Ja. Die suchen ja offensichtlich... Nach Diamanten. Offens... Okay. Okay. Der Anhänger, stand jetzt nichts von Diamanten da, wollen wir das mal geben? Wem? Achso, dem Bruder? Warum nicht? Gib Anhänger, Bruder. Ey, das ist auch ein Deutsch, was ich eingebe. Du nimmst den Anhänger in deine rechte, unverletzte Hand. Karl, Karl. Scheiße, ich habe sie gefunden. Hörst du plötzlich den Gärtner im Grab schreien? Geil. Alter, geht uns um Anhänger. Okay, warte mal, Leertasten, oder? Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Du gibst dem Riesen den Anhänger. Das erste Mal, seitdem du mit diesem seltsamen Mann zu tun hast, meinst du, so etwas wie eine Gefühlsregung aus seinem Gesicht ablesen zu können? Angst. Punkt. Von wo haben sie den her? Fragt er erstaunt. Bindestrich ängstlich. Den habe ich aus der Jacke ihres Bruders. Aha. Dabei deutest du in das Grab. Der Plastikbeutel scheint okay. Sie müssten alle da sein. Das hast du gut gemacht. Kommt es erneut aus dem Grab. Okay. Der Riese dreht sich in Richtung der Scheinwerfer des Baggers und betrachtet den Anhänger genauer. Ja. Das, das, ich, Blut. Was? Ja, da ist Blut. Achso, das, das ist, achso, okay, jetzt. Da ist Blut. Stellt er mit zitternder Stimme fest. Oh, und jetzt können wir das erste Mal eine Antwort wählen. Alter. Also gut, wir haben ja auch noch nie mit irgendjemandem geredet, also. Und wir haben drei Punkte bekommen. Ey, wir kriegen die Punkte zusammen, ey, ich sag's dir nicht. Ey, hallo, die Punkte rollen mir. Also Antwort möglich, genau, Antwortmöglichkeit eins. Ja, also Moment, was war die Frage? Das ist Blut. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist mein Blut. Während ich mit ihrem Bruder gekämpft habe, hat er mich an der Hand verletzt. Ja, okay, das ist offensichtlich die dümmste Antwort. Zweite Möglichkeit. Ja, ich halte es auch für Blut. Okay. Ist nicht Marmelade. Drei. Ja gut, nicht vergessen, es ist dunkel, ne? Stimmt. Verhältnismäßig. Das hat er eigentlich für gute Augen. Ja, er hat mir gesagt, er hat die Frau getötet, die auf dem Foto zu sehen ist. Also ich habe ganz klar, ich habe eine Meinung, welche Antwort wir sagen. Und ich würde sagen, wir machen das so, ich zähle jetzt runter, drei, zwei, eins. Und dann bei null sagen wir beide die Antwort, die wir sagen wollen. Ja, also die Nummer, okay? Okay. Drei, zwei, eins, zwei. Drei. Wieso drei? Warum nicht? Weil man uns da nicht rechtlich belangen kann. Guck mal, wir sagen ja nur, also ich glaube, das ist Blut. Und damit haben wir ja korrekt, weißt du, wir lügen nicht. Er wird aber denken, dass das vermutlich von der Frau ist, weil der ist ja so ein bisschen doof, der Typ anscheinend, ne? So, wenn du jetzt aber sagst, drei, dann lügen wir ja. Und dann, weißt du, das wird später schwierig dann. Oh, Gericht und Polizei. Ne, ne, später wird aber bedeuten, dass wir das überleben. Pass mal auf. Er ist ja offensichtlich erschüttert darüber, dass wir das Ding haben. Ja, das stimmt, ja. Und nicht sie. Ne, er. Ach so, also, ja. Ja, ja, aber nicht sie. Weil es ist scheinbar komisch, dass wir das von seinem Bruder haben, was er nicht erwartet hat. Richtig. Das heißt, wir streuen Misstrauen. Genau. Und wir wollen, dass der Riese. Den anderen umhaut. Den Gärtnern schlitzt. Genau. Also lügen wir ihn an. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Indem wir sagen, uns hätte der Typ gesagt, also sein Bruder, dass er die Frau getötet hat. Ja, ja, aber, ja, komm, machen wir das. Dann wird der Hass erfüllt, springt unten in das Kran. Genau, haut den zu Klump. Zerreißt ihn in zwei Teile. Sehr gut. Okay, dann machen wir das eben, weißt du. Und, weil er ja schon im Grab ist, können wir alles drin lassen. Einfach Erde drauf zu. Fertig. Nee, komm, hier, der ist cool. Weißt du, das ist unser Buddy. Weißt du, der ist nett zu uns, wir sind nett zu ihm. Ganz klar. Nein, ich meine nicht den Typen, sondern, verstehst du, die Beweise, alles. Wir nehmen die Diamanten, den Anhänger, teilen das mit dem Riesen. Fifty-fifty, alle gewonnen. Win-Win-Situation, verstehst du? Ey, der kann die Dinger behalten. Ich will hier nur raus, weißt du, was wollen wir mit den blöden Diamanten? In dem Fall, wenn der Gärtner tot ist und der nett ist, können wir nochmal sagen, ey Junge, Fifty-fifty meinst du nicht? Pass auf, wir machen erst mal drei und sagen ... Ja, genau, drei. Bug. So. Wortlos dreht er sich um und, also wir sagen jetzt, ne, dein Bruder hat uns gesagt, dass er die Frau auf dem Foto getötet hat. Wortlos dreht er sich um und geht. Wie ferngesteuert zum Rand des offenen Grabs. Wie jo, ist der Anhänger bei dir? Er hält ihn in die Höhe. Mhm. Okay, ich verlasse, ich mache jetzt nicht mehr die Sprache wieder. Was ist mit Mutter? Wie von der Tarantel gestochen, springt der Gärtner plötzlich auf und macht sich daran, aus dem Grab zu klettern? Alter, Scheiße. So, ähm, jetzt muss ich schon mal checken, das ist die Mutter von denen. Warum haltet er den Anhänger? Ich habe es nicht gecheckt. Was war mit der Mutter nochmal? Vielleicht haben wir gar nicht gelogen, vielleicht hat er die wirklich umgebracht. Ja, war das nicht, hat, hat irgendwer die Mutter umgebracht? War da nicht irgendwas mit einem Diamantenraub? Ja, ja, ja. Das sind die, die sie jetzt suchen. Die Mutter hat gesagt, äh, kriegst du nicht, weil, vielleicht hat er die doch getötet und wir haben es, ich kann mich nur nicht mehr erinnern. Ja, kann sein, wahrscheinlich hätte die Mutter umgebracht oder so. Okay, so, weiter geht's. Auch, also jetzt versuch daraus zu erklären, ne, auch wenn du es warst, der in, der ihn mit dem Kraftreiniger verbrannt hat. Tschöne Leute, es ist echt spät, ich muss mich gerade echt konzentrieren, dass ich hier fehlerfrei vorlese. Auch wenn du es warst, der ihn mit dem Kraftreiniger verbrannt hat, ah, okay, alles klar, jetzt verstehe ich. Bist du im ersten Moment über die Ausmaße und Schwere seiner Verbrennung schockiert? Auf der linken Seite sind seine Haare vollkommen verbrannt und die ganze Gesichtshälfte und der Hals sind teils blutrot, wobei ein Großteil der Haut gerade dabei ist, sich abzuschälen. Ach, süß. Sein volles, lockiges Haar auf der anderen Seite lässt ihn erscheinen wie Dr. Jekyll und Mr. Hart. Hab ich nie gesehen. Ja, 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 schon, brüllt plötzlich der Riese und schlägt mit unglaublicher Wucht, yes, keinen halben Meter von seinem Bruder stehend, entfernt, die Spitzhacke in die, scheiße, in die Erde. Ja. Der Gärtner hält kurz inne und versucht dann erneut aus dem Grab zu klettern. So. Lass mich raus hier und den Typen endgültig erledigen, dann können wir reden. Ja, so, ah, 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 der Riese stößt seinen Bruder zurück ins Grab. Das ist ein schöner Satz irgendwie, den könnte man einfach so ohne Kontext einfach so stehen lassen. Scheiße, lass uns reden, okay? Nein, jetzt sehe ich aus. Du hast schon so viel geschredet und so viel erledigt. Damit ist es Schluss. Was willst du machen, hä? Die Augen des Gärtners funkeln vor Hass. Hass ist übrigens eine Avocado-Sorte. Dann sagt der andere, nee, wer sagt, irgendwer sagt jetzt Pissfresse, ich weiß aber nicht wer. Vielleicht sind wir es auch, man weiß es nicht. Dann Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht alles sehr schnell. Ohne weiter seinem Bruder zuzuhören, welcher weiter auf ihn einredet, steigt der traurige Clown in den Bagger und gibt Gas. Äh, okay. Und haut ab, oder was? Was? Nein, er soll den umbringen, nicht wegfahren. Der Bagger setzt sich in Bewegung. Der Gärtner versucht noch auf die andere Seite des Grabes zu springen, um die Wand hinauf zu klettern. Einen Moment später kippt der Bagger auch schon vornüber in die Grube und nimmt dabei die Spitzhacke mit in das Grab. Hä? Nähert sich langsam dem Bauch, ouch, des Gärtners. Du kannst deinen Blick nicht abwenden. Du willst ihn nicht, du willst ihn nicht abwenden. Hä, das check ich nicht, warte mal, der Typ fährt mit dem Bagger in das... Ne, 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 ja, aber das, warte mal, also, wie groß ist das Loch? Das ist doch so ein Grabloch, also, weiß ich nicht, Meter... Jetzt lass uns mal weiterlesen. Jetzt ist es zu spannend, jetzt kann ich mir aufhören. Ja, gut. Plötzlich kommt der Bagger zum Stillstand. Die Schaufel hat sich in der immer enger werdenden Grube verkeilt und das gelbe Fahrzeug steckt schief darin fest. Der Gärtner wurde nicht verletzt, steht aber eingekeilt zwischen Baggerschaufel und Grabwand in der Grube, wie ein Tier in der Falle. Eines der Hinterräder hängt in der Luft, das andere liegt am Rand des Grabes auf. Die Bagger-Tür ist offen. Der Riese ist beim Aufprall gegen die Windschussscheibe geknallt und hat diese zerbrochen. Er rührt sich nicht. Was ist denn hier los? Also, da muss man sagen, in diesem Moment wurden grafische Text-Adventure erfunden. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, was ist da passiert? Okay, unbekanntes Grab. Direkt vor dir befindet sich die Fahrerkabine des Baggers. Der vom Riesen in das ausgehobene Grab gefahren wurde. Was ein Vollidiot. Er sitzt von übergebeugt auf dem Fahrrad und rührt sich nicht. Achso, und diese komische Spitzhacke ist ja auch da drunter. Ansonsten könnte man die jetzt nehmen und zack, zack. Naja, der Gärtner ist zwischen Baggerschaufel und Grabwand eingeklemmt und versucht, sich zu befreien. An einem Baum lehnt eine Schaufel Richtung Osten geht es zum Grab deiner Tante. Okay, sollen wir jetzt die Schaufel einfach nehmen und dem eine drüberhauen oder was? Nehmen wir jetzt erstmal die Schaufel, oder? Schaufel, nimm Schaufel. So, zack, Schaufel. Jetzt weiß ich nicht. Ach hier, wie wäre es mit Sprich mit Gärtner? Jetzt ist er ja in einer Situation, wo man mal mit ihm reden kann. Sprich mit Gärtner. So. Sprich. Ups, warte. Ich habe aber die Schaufel auch genommen. Nur so als Argumentationsgrundlage. Nimm Schaufel. Sehr gut. Und jetzt sprich mit. Okay. Dir gehen ein paar Fragen durch den Kopf, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Er hat begonnen, hinter seinem Rücken mit bloßen Händen die Erde abzukratzen, um zwischen sich und der Baggerschaufel mehr Raum zu schaffen. Da fällt dein Blick auf die Pedale in der Fahrerkabine des Baggers. Sie sind nicht einmal einen halben Meter von dir entfernt. Aha. Okay, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können den einfach mit der Schaufel auf den Kopf hauen. Oder wir können die Bagger-Dingsbumsies drücken. Weiß nicht. Ich sage mal, wir drücken jetzt einfach diese komischen Pedale. Weißt du, das hat mehr Stil. Okay, okay. Naja, ich werde da jetzt mit der Schaufel da rum... Drück Pedale. Ja, ein bisschen Druck ist nicht schlecht. Du legst die Hand auf das Gaspedal. Halt, hören Sie mir zu, ruft der Gärtner zu. Jetzt ist er plötzlich redebereit, weißt du. Man braucht nur einen Bagger und einen Grab. Siehst du, so einfach geht das. In seiner Stimme liegt etwas, das wie Angst klingen soll. Soll. Hier ist der Schlüssel für das Haupttor. Aha. Sehr gut. Er wirft ihn dir zu. Sehr gut. Okay. Etwas Versöhnliches hat sich seiner Stimme beigemischt. Gehen Sie einfach. Ich kann hier sowieso nicht raus. Machen Sie den Bagger aus und werfen Sie den Schlüssel in das Grab. Dann verrate ich Ihnen noch etwas. Es geht um etwas Wertvolles. Etwas sehr Wertvolles. Du nimmst die Hand wieder vom Pedal. Was sagen Sie dazu? Ja oder nein? Etwas in dir weiß, dass du hier eine Entscheidung treffen musst, die dein ganzes Leben beeinflusst. So oder so. Seltsamerweise musst du plötzlich an die Computerspiele denken, welche du als Kind gerne gespielt hast. Man konnte den Spielstand abspeichern und dann unbesorgt verschiedene Dinge ausprobieren. Lol. Genau, was ich sage. Wenn das hier auch nur ginge, denkst du dir, den Gärtner betrachtend. Ja. Ja oder nein? Das würde sich vor allem der Gärtner gerade wünschen. Ja, stimmt. Ja oder nein, wiederholt der Gärtner seine Frage. Oh nein, jetzt müssen wir ja was eingeben. Ja, pass auf, ich mache jetzt einfach safe. Ja, genau. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Zack und los geht's. Okay. Warte, 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 warte. So, Pai, was machen wir denn jetzt? Warte, ich muss kurz, äh, safe. So, ähm, können unsere, ja, ähm. Also hier ist das Ding, Falk. Der Gärtner ist natürlich ein Arsch, ne? Ganz klar. Aber reich vielleicht. Das eine hat, das, ja und? So, der Gärtner ist also offensichtlich ein Popo und außerdem ist er ja auch ein Mörder, ne? Also wir wissen ja, dass der schon irgendwie andere Leute umgebracht hat, so. Mhm. Das ist jetzt nicht das beste Führungszeugnis. Und deswegen wäre es natürlich für die Gesamtmenschheit gesehen besser zu sagen, hey Gärtner, ich glaube es ist besser, wenn du jetzt nicht mehr bei uns bist hier auf der Welt, so. Auf der anderen Seite würden wir uns damit ja zum Mörder machen. Das heißt, wir sind denn ja auch nicht besser als der Gärtner, ne? So sieht es nämlich aus, Selbstjustiz. Exakt. Das kann ich nicht gutheißen. Und wir, ich meine, obwohl die Alternative dazu ist, dass wir mit ihm kooperieren, das macht es aber auch nicht viel besser, ne? Aber hey, immerhin sind wir reich danach. Okay, mein Plan ist folgendes. Ja. Wir, äh, grabben, grabben das Wertvolle, was er da irgendwie, ne? Also zum Beispiel seinen Diamanten oder so. Und dann gehen wir zur Polizei und zeigen den an und so. Dann kommt der schön in den Knast und wir sind reich. Ich habe auch schon überlegt, naja, noch wird er dann ja aussagen müssen. Und dann könnte er verraten, dass wir ihm was weggenommen haben. Aber, nee, ähm, mir fällt gerade ein, wir haben nicht mal ein Telefon, um die Polizei zu rufen, ne? Na, wir haben ja aber jetzt Schlüssel, wir können wegfahren. Und wir können ihn hier einsperren. Unser Telefon ist vielleicht im Auto. Vielleicht, ja. Und außerdem können wir doch von außen das Gartending zusperren. Und, ähm, dann kommt er da nicht raus. Stimmt. Also wir sagen jetzt ja, ne? Weil wir kooperieren mit ihm. Ja, ja, ja. Weil nein wäre ja, dass wir ihn umhauen. Genau, das wäre nicht schön. Also sagen wir ja, zack. Du machst den Motor aus, ziehst den Schlüssel ab und wirfst ihn in das andere Ende des Grabes. Gut, jetzt sagen sie mir, wo die Steine sind. Jetzt sagen sie mir, wo die Steine sind. Ungläubig und überrascht, dass du von ihnen weißt, schaut er dich an. Dann greift er in seine Jackentasche und holt einen kleinen schmutzigen Plastikbeutel hervor. Hier. Er wirft ihn im hohen Bogen über den Bagger. Und jetzt hau ab. In seiner Stimme liegt blanker Hass. Bei mir kommt jetzt nochmal der Hinweis, dass es Hintergrundgeräusche in dem Spiel gibt. Mal gucken, ob jetzt eins kommt. Bisher höre ich noch nichts. Gut, jetzt haben wir diese Diamanten. Das ist doch schön. Und jetzt? Ah, jetzt kann man abhauen. Ne, Moment, Moment, Moment. Ich habe erst mal mich umgeschaut. Okay. Warum wollte der eigentlich die Schlüssel haben? Was bringen ihm diese Schlüssel? Vom Bagger? Ja, der ist ein Grab. Okay, er kann mit dem Bagger später nach Hause fahren, wenn er sich da ausgebuddelt hat. Ja, vielleicht als Beweis dafür, dass du das Ding auch ausgemacht hast. Du siehst hier einen Haupttorschlüssel. Ja, genau. Lass mich nochmal zu Ende reden. Wenn du ihm den Schlüssel nicht zuwerfen würdest, könntest du ja dann, nachdem er dir die Ding noch zugeworfen hat, hättest du es ja wieder anmachen können, verstehst du? So, deshalb wollen wir wahrscheinlich die Schlüssel haben. Ach so. Also direkt vor dir befindet sich die Fahrerkabine des Baggers. Mhm. Riese da drin. Rührt sich nicht. Gärtner zwischen Baggerschauf und Grabwand eingeklemmt. Okay, also genau. Also hier liegt ein Schlüssel, den nehme ich mal mit. Ja, genau. Schlüssel. Okay. Die Diamanten. So etwas kannst du ja nicht sehen. Ich habe auch Schlessel geschrieben. Okay. Schlüssel. Den Haupttorschlüssel in Ordnung. Jetzt gucken wir mal ins Inventar, ob wir die Diamanten haben. Mhm. Haben wir nämlich nicht. Ach. Oh, warte mal. Es sieht so aus, als ob es dem Gärtner jeden Moment gelingt, genug von der Erde hinter sich zu, sodass er sich aus der Falle befreien. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nimm. Hä, aber es lag doch gar keine. Ja, die sind, wo sind die denn? Was stand da oben? Er wirft, ah, er wirft ihnen den Hohenbogen über den Bagger. Das heißt, die sind jetzt hinter dem Bagger. Mhm. Also untersuche Bagger oder was? Oh, steht. Das ist so eine, das ist bestimmt so eine Entscheidung. Wenn wir jetzt gierig sind und die Diamanten holen, dann haut er uns um. Das heißt, wir müssen jetzt einfach sofort weg. Ich bin schon tot. Was? Ja, du gieriger Gierschlund. Ich habe hinter dem Bagger geguckt. Siehste. Ein gelber Bagger. Sag Süden. Der Gärtner kommt dir entgegengerannt. Da er sich aus dem Grab befreit hat und sehen konnte, in welche Richtung du gelaufen bist, hattest du keine Chance zu entkommen. Ein paar Minuten später blitzt unter all den äußerst unangenehmen Empfindungen, die durch deinen Körper jagen, ein Satz des Gärtners wieder in deinem Bewusstsein auf. Ich werde mir mit der Zeit lassen und das tut er. Oh Gott, das tut er. Oh, ich bin tot. Hö? Aber was hätten wir denn machen sollen? Ich glaube, wir müssen direkt nach der Antwort wegrennen. Na, aber wir müssen doch den Schlüssel aufheben. Sonst kommen wir doch nicht aus dem Haupttor raus. Ja, aber ich habe mich einmal umgeschaut und einmal ins Inventar geguckt. Also es sind zwei Aktionen, die wir hätten nicht machen müssen. Ganz kurz. Ich habe ja unter dem, ich habe ja den Bagger untersucht. Da steht nichts Besonderes, außer, dass der Gärtner hat den Plastikbeutel irgendwo in die Nähe des Baggers geworfen. Wo sind sie? Fragst du dich, den Boden betrachtend. Und danach fängt es wieder an, dass der Gärtner frei ist und mich tötet. Also ich würde sagen, erst mal lade ich. Ja, aber hier nochmal kurz. Ich finde es komisch, weil wir müssen ja quasi die Gegend untersuchen, um überhaupt zu sehen, dass der Schlüssel am Boden liegt. Weißt du? Ohne diesen Schritt hätte ich mir das ja gar nicht bemerkt. Okay, also. Das stimmt, ja. Drück Pedale. Mache ich jetzt nochmal. Drück Pedal. Pedal. So. Jetzt ist der Gärtner also hier am schnuffeln. Was? Also ich habe jetzt einfach... Oh shit. Was denn? Warte, was? Also ich musste jetzt einfach nur noch Ja eintippen, weil ich gespeichert habe, als wir Ja oder Nein sagen sollten. Hä, was mache ich denn hier? Also ich habe jetzt einfach nur ein paar Mal Leertaste gedrückt, weil ich schnell zu der Stelle kommen wollte. Und irgendwie geht es jetzt hier... Leertaste? Also ich habe eingegeben. Drück Pedal. Aber warum drück Pedal? Hast du nicht gespeichert, wie ich auch, als wir entscheiden sollten, ob wir mit ihm kooperieren oder nicht? Ja, stimmt. Du musst nach dem Laden nur noch Ja drücken. Oh ja. Also tippen. Das habe ich jetzt aber leider nicht gemacht. Ich habe den leider nochmal gedrückt. Ja, dann lad halt nochmal. Na oder ich lese jetzt vor, was hier passiert. Ja, du bist tot wahrscheinlich, oder? Nee, der Gärtner, dem geht es gerade nicht so gut. Oh. Weil ich drücke ja jetzt nochmal das Pedal. Ach so, du hast das Gaspedal. Okay, alles klar, ja. Na, lies mal. Ja, ist nicht so gut gelaufen gleich für den Gärtner. Also, du siehst den Gärtner nur an. Um euch herum, Dunkelheit. Nur er selbst steht im Strahl der Baggerscheinwerfer, gefangen wie ein Tier in der Falle. Du denkst an deine Frau und Kinder und was dieser Mann ihn antun könnte. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, drückst du mit der Hand das Gaspedal leicht runter. Nein, nein, bitte. Das Motorgeräusch wird zunehmend lauter und übertönt das Flehen. Plötzlich zieht der Gärtner seine Hand unter der Schaufel hervor. Er hält die Plastikflasche mit Brennflüssigkeit in deine Richtung und versucht mit der anderen das Feuerzeug anzuzünden. Ein kleines Plastikseckschen, welches er ebenfalls in der Hand hält, lässt er fallen. Du drückst das Gaspedal weiter hinunter. Genau, ach so, das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal so eine Entscheidung gewesen vielleicht. Nee, weiß ich nicht. Du drückst das Gaspedal weiter hinunter. Das Licht des Scheinwerfers wird noch eine Spur heller. In einem letzten verzweifelten Versuch wirft der Gärtner die Flasche in deine Richtung. Das wird viel helfen. Von der Seite siehst du den Reifen, wie er sich langsam am Grubenrand aufliegend zu drehen beginnt. Mit jedem Zentimeter, in dem sich der Reifen bewegt, wird das Schreien des Gärtners lauter. Fast hast du den Eindruck, als würdest du alleine durch deine Muskelkraft dieses tonnenschwere Gerät immer weiter in die Grube und in seinen Bauch drücken. Er wirft die Flasche in deine Richtung, seine Schreien wird zu etwas, das du vorher noch nie gehört hast. Ja gut, wie auch, man drückt ja nicht so oft Bagger in Leute. Ein seltsames Jaulen, das ein paar Momente später in ein kehliges, fiechiges Brüllen übergeht. Was ist denn hier los? Erst jetzt siehst du weg und drückst noch fester das Gaspedal. Du schließt die Augen, bis das Schreien aufhört. Dann öffnest du sie wieder. Okay. Das Licht des Baggersteinwerfers ist zu stark, als dass das Ergebnis deiner Entscheidung im Verborgenen bleiben könnte. Der Oberkörper des Gärtners befindet sich in der Schaufel des Baggers. Der an der Teile abgetrennte untere Teil ist nicht zu sehen. Sein Kopf ist zwischen zwei Zähnen der Schaufel eingekeilt. So, dass der Oberkörper aufrecht in der Schaufel steht. Schön. Aha, hey, wie haben sie das denn gemacht? Wie eine groteske Bauchrednerpuppe ohne Beine. Nass glänzende Eingeweide und rufföhnt ein guter Sichtraum. Meine Güte, wir haben es jetzt mitgekriegt, ey. Meine Fresse. Aber sag mal, warte mal, wie soll, was? Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, wie der da eingeklemmt ist. Ist mir jetzt auch egal, kannst du bitte weiterlesen, mir wird ein bisschen übel. An seinem Handgelenk trägt er deine Ohr. Wieso trägt er unsere Ohr? Hatten wir eine Uhr? Hatten wir nicht wahr? Also, hä? Okay, lies weiter. Das war's. Das Coole ist, wir können jetzt ... Jetzt kein Ende, keine Punkte, nix oder was? Nee, ich glaube, wir müssen jetzt die Ohren nehmen und die Diamanten und ... Also mit anderen Worten, wenn wir ihn umbringen, haben wir jetzt zwar das Problem, dass wir dann ein Mörder sind, gewinnen aber ansonsten das Leben und die Diamanten. Gut. Technisch gesehen hat der Bagger ihn umgebracht, oder? Ja. Wir könnten sagen, wir sind ausgerutscht. Ja, ich glaube, es gibt da so einen Spruch, ne? Nicht Bagger töten Männchen, sondern es Männchen töten Männchen. Ich glaube, das ist ... Okay, also du hast ... Was steht jetzt noch weiter da? Oh Mann, die hat das ... Hast du da irgendwelche Punkte bekommen oder abgezogen bekommen? Nichts Punkte an seinem ... Willst du dafür jetzt noch Punkte haben, Falk? Also was ist denn hier los? Hätte ja auch sein können, dass du abgezogen bekommst. Also, ja, stimmt, Minuspunkte, das wäre was. An seinem Handgelenk trägt er deine Ohr. Okay, nimm Ohr und nimm ... Machen wir das? So, dafür kriegen wir jetzt Punkte. Mhm. Du beugst dich hinunter und nimmst die Ohr von dem Handgelenk des Gärtners. Da die Hand über den Rand der Schauf lenkt, wurde sie nicht mit Blut besudelt. Und das ist doch mal eine gute Nachricht. Die Ohr ist in Ordnung. Das ist die eigentlich gute Nachricht. Oh Mann, okay, wir haben die Ohr. Und jetzt nimm das Päckchen, ne? Nee, das Plastik-Säckchen. Säckchen. Okay, also, in meiner Realität habe ich also Ja gesagt. Ja. Und nehme ungesehen den Schlüssel, das ist ein bisschen Cheaten, und haue jetzt ab Richtung Osten. Okay, das Graf wurde wieder aufzugeschaufelt. Jetzt bin ich bei der Tante Erna Richtung Osten. Okay, geht jetzt auf den Hauptweg. Okay, geht nochmal Richtung Osten. Mhm. Okay, plötzlich siehst du, wie ein Feuerschein hinter dir die Nacht erhellt. Mhm. Gleich darauf hörst du einen markerschütternden Schrei und die Stimme des Gärtners. Mhm. Da, du Pissfresser. Da hast du's. Willst du noch mehr? Als du dich umdrehst, siehst du etwas in der Fahrerkabine des Backers lichterloh brennen und wild um sich schlagen. Ach, der hat sein Bruder angezündet, der Arsch. Das muss der Riese sein. Am Rande des Grabes steht der Gärtner. Er hält die von dir präparierte Plastikflasche in der Hand und spritzt in einer fast schon lässig erscheinenden Bewegung den Rest der Flüssigkeit auf seinen brennenden Bruder. Alter, das ist ja übel, das krasse Spiel, ey. Ich sage, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ja, das stimmt. Also der kann auch mal in einer Baggerschaufel hinden. Okay, jetzt bin ich beim großes nördliches Gräberfeld. Lass mich mal kurz abhauen, ob ich es bis zum Auto schaffe. Im Süden befindet sich der große Platz. Das Grab von Tante. Also muss ich jetzt nach Süden? Hier ist sowieso das Metallgestell. Okay, und jetzt muss ich, glaube ich, nach Osten, oder? Ei, 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 ei. Oder jetzt nach Osten? Simon, ich weiß es nicht. Du, ich weiß es nicht. Ich habe gerade, ich bin, ich bin gerade, ich habe, da läuft gerade ganz viel Marmelade aus dem Typ. Ich kann da auch nicht helfen. Alte Gräber, warte, weiter westlich. Verwaltungsgebäude. Ja. Ah, Süden. Süden ist der Vorplatz mit dem Hauptdruck. Genau, da ist gut. Oh, scheiße, ich kriege dich, hörst du es aus der Entfällung, Ding? Jetzt schnell, Falk. Mach den Schlüssel ins Dings. So, und jetzt, jetzt gib einfach einen Schließtor mit Schlüssel auf. Und speichern auch mal. Äh, okay. Soll ich mal speichern? Okay. Ja, äh, was ist denn das für eine Frage? Äh, hier. Okay. Okay. Okay, Schließtor mit Schlüssel auf. Du schließt das Hauptdruck auf und öffnest es. Der Parkplatz ist, wie zu erwarten, bis auf die zwei parkenden Autos leer. Okay. Wieder bist du darüber erstaunt, wie isoliert der Friedhof liegt. Ah. Da die Landstraße offensichtlich nicht beleuchtet ist und das nächste Dorf, soweit du dich erinnern kannst, hinter einem kleinen Wäldchen liegt, ist die einsame Straßenleuchte am Parkplatz die einzige Lichtquelle weit und breit. Es könnte sich in 100 Metern genauso gut ein schwarzer, endloser Grund vor dir auftun, würdest den Unterschied nicht merken. Okay. Du kannst den Gärtner durch die Dunkelheit auf dich zulaufend sehen. Er scheint sich rasend schnell zu bewegen. Jede deiner Bewegung, um dieses verdammte Tod zu machen, erscheint dir im Gegensatz dazu wie in einem Traum, quälend langsam abzulaufen. Der Flügel des Gittertors steht noch offen. Mhm. Leertaste. Parkplatz. Er verläuft in mehreren Reihen entlang der alten Friedhofsmauer. Sein Ende wird durch eine lange Baumreihe markiert. In dieser nasskalten und nebligen Oktobernacht stehen hier nur dein Forzierer und ein alter Kombi. Ein paar Meter vom Eingang entfernt befindet sich ein gelbes Telefonhäuschen. Mhm. Äh. Also Polizei rufen wir jetzt nicht. Nee. Durch das große Gittertor gelangt man in nördliche Richtung auf den Friedhof. Mhm. Okay, was mache ich? Gehe ich zum Auto oder mache ich das Tor hinter mir zu? Äh, ich weiß nicht. Ich finde, also es wurde ja angedeutet, dass du nicht eine Zeit dazu hast. Aber, äh, eigentlich wäre das der sinnvollste, weil du hast doch keine Zeit zum Auto zu laufen, das Auto aufzumachen, Schlüssel rein, dann geht er nicht an, dann nochmal Schlüssel drehen, weißt du, dann, äh, rückwärts fahren, äh, Schulterblick, äh, drehen, vorwärts fahren. Schließe, schließe Tor. Ja, aber, ey, speichern, ne, also. Ja, hab ich ja erst beim, beim Aufmachen. Okay. Du schließt das Tor. Aha. Okay, schließe. Das wäre so geil, bitte, du bist schon hinter dir steht. Tor mit, also auf deiner Seite. Schlüssel ab, oder? Mhm. Mit einem leisen Klick geht der Riegel in den Schlosskasten des Tors. Es ist abgesperrt. Cool. Du machst instinktiv einen Schritt zurück, um Distanz zwischen dir und dem Gitter zuzuschaffen. Einen Moment später erreicht der Gärtner das Tor und rennt ungebremst das Messer in der rechten, nach vorne gestreckten Hand gegen die Gitterstäbe. Okay. Hättest du noch Zeit dafür verwendet, den Schlüssel abzuziehen, hätte er dich mit dem Messer erwischt. Ah. So liegt gerade noch genug Abstand zwischen euch. Ah. Ungläubig, es geschafft zu haben, musst du dich überwinden, vor Freude nicht loszulachen. Aber das flüchtende Beutetier ist in dir. Sag nur eines. Weiter. Nicht vorbei. Weiter weg. Genau. Weil der hat ja, da ist ja noch der Schlüssel drin. Also jetzt los. Zum Auto. Zum Auto. Simon, jetzt lass mich doch mal vorlesen. Du nimmst all deine restliche Kraft zusammen und in einer seltsamen Mischung aus Humpeln und ungelenkem Lauf, der wohl aussieht wie eine schlechte Imitation des Glückwunsch von Notre Dame, näherst du dich deinem Auto. Bitte Fuß, gib nicht nach. Wie ein Mantra wiederholst du diesen Satz in Gedanken. Hinter dir hörst du, dass der Gärtner es wohl geschafft hat, das Tor zu öffnen. Oh nein. Du bist an deinem Wagen angelangt. Ja, schnell. Du hältst den Autoschlüssel in der Hand. Jetzt nur noch drei, vier Bewegungen. Schlüssel in das Schloss. Ja gut. Mach. Dreh den Schlüssel. Tu es für deine Kinder. Du steigst ein und schmeißt die Tür zu. Der Gärtner ist zwei Meter vom Auto entfernt. Er erreicht die Türschnalle. Türschnalle? Die Türschnalle? Was ist das denn? Klick. Du wachst auf. Was? Dein Kopf fühlt sich seltsam leer an und pulsiert schmerzend. Du setzt dich auf. Die Couch im Aufenthaltsraum des Polizeireviers ist groß genug, dass du dich ganz auf ihr ausschrecken konntest. Die Schmerztablette hatte nun vollends ihre Wirkung verloren und der Schmerz in deinem Bein ist ziemlich stark. Heute sollst du noch untersucht werden. Das hat dir jedenfalls der Beamte gesagt, der deinen Bericht aufgenommen hat. Sein Schweigen, als du frühmorgens versucht hast, die Nacht so detailgetreu wie möglich zu schildern, konntest du nicht wirklich deuten. Ungläubigkeit? Erstaunen? Du weißt es nicht. Du weißt nur, dass du dir irgendwie selbst beim Reden zugehört hast und auch nur die Hälfte deiner Geschichte glauben und begreifen konntest. Der gesuchte Mann, Hans Kollitz, ist unauffindbar, aber das von ihm ermordete Ehepaar, der Arzt und seine Frau sowie der in das ausgehobene Grab gestützte Bagger mit der darin liegenden verbrannten Leiche werden zumindest dafür sorgen, dass sie deiner Geschichte zum größten Teil Glauben schenken müssen. Eine Wasserflasche steht auf dem kleinen Tisch. Du nimmst den letzten Schluck. Draußen vor der Tür des Aufenthaltsraumes hörst du jemanden husten. Mein, besserer Text hört nicht auf. Corona-Video-Virus. Ein Kinderhusten? Wo? Was? Fragt eine weibliche Stimme, die du sofort erkannt hast. Da drin. Die Tür geht auf. Du hast dir vorgenommen, ganz sicher nicht zu weinen, um sie nicht noch weiter zu beunruhigen. Aber schon einen Moment später verstellt ein Schleier aus unzähligen Diamanten deinen Blick. Was? Als du in das Gesicht deiner Frau und in das deiner Tochter schaust, musst du plötzlich daran denken, wie gerne Gilly den Krähen zusieht, wenn diese im Garten ihre Nüsse auf dem Steinweg der Veranda fallen lassen und sie dann mit ihrem Schnabel auspicken. Klar, wäre mir auch in den Kopf geformt. Aber das ist geil, ne? Du wusstest nie, woher sie die Nüsse hatten, denn in der näheren Nachbarschaft gibt es keinen Nussbaum. Du hast dich immer gefragt, wie weit sie wohl fliegen, um sie im Garten zu öffnen. Ende Nummer zwei, du hast gewonnen. 37 von 36, 56 Punkten. Also das mit dem Nussbaum hat jetzt am Ende wirklich nochmal alles erklärt. So, ich mache jetzt hier nochmal mein Ende. Also, ich habe ja geguckt, ob ich das Säckchen noch erreichen kann, aber hier steht nur, dass die Diamanten irgendwo unter der Schaufel liegen und da komme ich unmöglich ran, wird dir schnell, klar. Ja, stimmt, die hat er ja so nach unten fallen lassen, ne? Ja, ist blöd, ne? So, jetzt, was mache ich jetzt? Schau dich um. Also, nach Süden führt der Weg, bla bla bla. Du siehst hier ein Feuerzeug, einen Flammenwerfer, der geschlossen ist und ein Haupttürschlüssel. Okay, nimm Feuerzeug, nimm Flammenwerfer. Finde ich sehr schön, dass ihr die Flasche mit diesem Mittelchen als Flammenwerfer bezeichnet. Nimm Schlüssel. Okay, so, und jetzt kann ich ja ganz entspannt gehen, ne? Ja, oder? Ich will nochmal kurz den Bruder untersuchen, den Untersucherriesen, was ich will, mal gucken, ob es dem gut geht. Na, er brennt nicht, von daher. Genau, im Vergleich zur zerbrochenen Windschutzscheibe der Fahrerkabine des Buggers rührt er sich nicht. Von hier aus kannst du den Riesen nicht näher untersuchen. Okay, dann steig in den Bagger. Ich will, dass es dem gut geht. So, du hältst dich an der offenen Baggertür fest und steigst vorsichtig mit dem gesunden Bein auf den Bagger, sodass du nah genug an dem Riesen herankommst, um nachzusehen, was mit ihm los ist. Da bemerkst du, dass aus seinem leicht geöffneten Mund ein leises, aber unzweifel hörbares Atemgeräusch kommt. Er hat eine Platzwunde am Kopf, von der Blut auf den Boden der Baggerkabine tropft. Okay, dem geht es also gut. Also, den Umständen entsprechend. Das Aufwachen wird ein bisschen unangenehm, wenn er da in die Baggerschaufel guckt, aber gut. Ich würde sagen, ich steige jetzt aus und rufe dann die Polizei von der Dingsbumskabine. Steig aus, oder? Mhm. Gut, steig aus Bagger. So, dann gehe ich nach Süden. Nähe, Osten, glaube ich. Ach, shit. Das Grab wurde wieder zugeschaufelt. Genau. Im Osten geht es auf den Hauptweg, genau, und jetzt nach Süden, ne? Genau, da ist das Holzkreuz-Dingsbummens. So, und jetzt mache ich Öffnen, Tor mit Schlüssel. So, das kannst du nicht sehen. Haupttor vielleicht, oder was? Nee, ich glaube, du musst von dem Holzkreuz, von dem großen Holzkreuz entweder nochmal nach Süden oder nach Osten. Ah, hier, nee, ich muss eingeben Haupttorschlüssel. Hast du das auch eingeben? Nee, muss ich nicht. Du bist noch nicht an der richtigen Stelle. Och, Mann. Östlich befindet sich der Vorplatz der Gartenerei. So, jetzt. So, und jetzt öffne Ausgang mit Schlüssel. So, das kannst du ja nicht sehen. Tor. Okay. Öffne. Tor mit Schlüssel. So, du schließt das Haupttor auf und öffnest es. So, jetzt, genau, wir sehen ja hier, das ist derselbe Text wie von dir vorhin. Mhm. Also jetzt könntest du im Prinzip in das gelbe Telefonhäuschen und die Polizei anmachen, oder? Oder was wolltest du jetzt machen? Ja, ja, aber warte mal, ich hab jetzt hier was. Also der Text ist dasselbe, endlose Schmerz und so. Der Flügel des Gittertors steht nur offen. Und jetzt hab ich hier was. Kräh, kräh. Erst jetzt siehst du den schwarzen Vogel, der auf der Straßenlaterne sitzt. Ein großer schwarzer Vogel sitzt auf der Straßenlaterne. Ich untersuch mal den Vogel. Der große schwarze Vogel sitzt auf der Leuchte. Er ist wirklich außergewöhnlich groß für eine Krähe. Ist das ein Rabe? Du bist dir nicht sicher. Immer wieder neigt er den Kopf von einer Seite zur anderen. Okay. Egal, ich geh jetzt mal zur Telefonzelle. Die war ja hier erwähnt. Du betrittst die Telefonzelle. Ruf Polizei. So. Du wählst die Nummer der Polizei. Danach setzt du dich in dein Auto und wartest. Nach einer halben Stunde siehst du zu... War das jetzt eigentlich doof? Nee, oder? Weiß nicht. Das ist das, was ich machen würde. Naja, aber wir haben den Typ ja... Ja, aber komm, der Riese sitzt da drinnen. Der hätte mit dem Fuß auch... Also das war der. Stimmt. Er hat den getöntet. Ganz einfach. Ja, mal gucken. Stimmt. Aber wir haben den Typ sozusagen angebaggert. Kann man das sagen? Nach einer halben Stunde siehst du, wie aus einer Entfernung das blau pulsierende Licht eines Polizeiautors auf die Landstraße erscheint. Gemächlich kommt der Wagen durch die umliegenden Felder fahren langsam näher. Er biegt auf die Einfahrt des Parkplatzes ein. Du merkst plötzlich, wie sich deine Hände, mit denen du das Lenkrad festhältst, zu verkrampfen beginnen. Du drückst das Lenkrad mit aller Kraft von dir weg und hast das Gefühl, dass, wenn du das nicht tun würdest, es sich in deine Richtung bewegen und sich deiner Brust immer weiter nähern würde. Dich gegen den Sitz drückend und dann immer weiter. Klopf, klopf, klopf. Polizei, hören Sie nicht. Öffnen Sie bitte das Fenster. Du kurbelst das Fenster hinunter. Epilog. Oh, also da ist es so ein Smiley, also so ein Smiley, was die Augen zu hat und dann du wachst auf. Du liegst im Bett. Herr Kollitz, guten Morgen. Oh, shit, ich bin in einer Zelle aufgewacht. Da steht Zelle. Ich bin, Herr Kollitz, guten Morgen. Du richtest dich auf. Du hast die Nacht über kaum geschlafen, aber viel nachgedacht. Sie hatten deine Zelle noch nicht mal ausgeräumt, bis gestern jedenfalls, als du wieder zurückgekommen bist. Jetzt ist sie leer. Deine Bücher, alles weg. Du bist froh, dass du noch vor dem Eintreffen der Polizei wieder zu Bewusstsein gekommen bist und den Polizisten entgegengegangen bist, denn sonst hätte die Geschichte, die du ihnen später aufgetischt hast, nicht funktioniert. Aber auf dem Friedhof hättest du nichts dagegen gehabt, wenn dich die zwei Polizisten mit der Waffe im Anschlag einfach erschossen hätten. Wie gesagt, jetzt bist du froh, dass du noch lebst. Okay. Du hast bei deiner Festnahme noch gehört, wie der Mann gegenüber einem der Polizisten die Diamanten erwähnt hat. Sie werden bald herausfinden, woher sie stammen. Dann wird deine Schuld am Mord des Juweliers vor zwölf Jahren unwiderruflich bewiesen sein. Es ist dir egal. Hä, aber ich habe die Diamanten doch gar nicht genommen. Also das ist der Teil, den muss mir jemand erklären. Check ich nicht. Also wir sind doch irgendwie involviert. Ich dachte, es ging nur um die zwei Brüder. Das ist das, was ich nicht raffe. Also das habe ich irgendwie überlesen. Jetzt bist du wieder hier. Morgen wirst du zum Nachfolger von Dr. Koller, den Hans ermordet hat, gebracht. Was? Scheiße, wir sind raus. Morgen wirst du zu dem Nachfolger von Dr. Koller. Ach so, okay. Nee, was? Nee. Den Hans. Wer ist Hans? Wer ist Dr. Koller? Den Hans ermordet hat. Die Justizbeamten sind schroff, aber korrekt zu dir. Bis jetzt. Du wirst das durchstehen und es wird auch wieder ruhiger werden. Sie haben dir noch nichts wegen deiner Mutter gesagt. Wegen meiner Mutter? Also ist das doch unsere Mutter. Also sind wir drei Brüder oder was? Nee, was? Nee, was? Nee, ach nee, Quatsch. Sie haben dir noch nichts wegen deiner Mutter gesagt, ob sie tot ist oder lebt. Vielleicht wissen sie es auch noch nicht. Oder sie wollen dich als eine Art Bestrafung noch etwas schmoren lassen. Schnapp. Du öffnest dein Medaillon mit dem Foto deiner Mutter. Als du in ihre Augen blickst, musst du plötzlich an deinen Bruder denken. Trotz allem. So etwas wie Mitleid überkommt dich. Er hatte nie so ein Medaillon. Er hätte es vermutlich sofort verkauft und eingetauscht. Du hast gewonnen. Ende Nummer drei. In diesem Spiel hast du 40 von 56 möglichen Punkten. Kann das sein, dass wir jetzt der Typ in dem Bagger waren? Also dass der Epilog aus der Sicht des Bagger... Ja, so klang das, ne? Mit dem Medaillon und sowas. Das ist mega. Das bringt einen mega durcheinander. Also du hast sogar noch drei Punkte mehr als ich. Ja, das find ich gut. Pass mal auf. Ich hab, während du das hier vorgelesen hast, mal in die Komplettlösung geguckt. Okay. Und für uns ist das Spiel, würde ich jetzt sagen, durchgespielt. Würde ich auch sagen. Wir haben jetzt zwei oder... Also mindestens zwei. Ich glaub, wir haben in einer älteren Folge noch mal ein Ende, glaub ich, verfrüht dargestellt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kann ich für alle, die das nachspielen wollen, sagen, dass es... Es gibt acht Enden. Hui. Mehr will ich nicht verraten. Okay. Krasse Enden. Okay. Enden, die ich nicht erwarten würde. Also, wenn jemanden... Nicht schlecht. Wenn das Spiel jemanden interessiert, der hier zuhört, also macht es Sinn, noch mal zu spielen. Und sein eigenes Ende zu finden. Also, ist krass. Wir machen das folgendermaßen, wir machen das folgendermaßen, wir machen jetzt mal kurz, wie wär's damit, wir machen jetzt mal kurz die Besprechung, ne, also wie wir es gefunden haben, so ganz kurz Zusammenfassung und dann sagen wir, okay, und jetzt Tschüss für alle, die da keinen Bock haben, das zu hören und dann können wir aber trotzdem das noch mal kurz für die Leute, die jetzt sagen, ey, ich spiel das eh nicht, mich würden aber die Enden interessieren, können wir ja trotzdem das noch mal kurz zusammenfassen, oder? Können wir machen, aber dann wird die Folge noch länger, als sie eh ist. Aber es ist halt das Ende des Spiels jetzt, ne? Ist ja auch das Ende, Falk, da können wir uns doch mal Zeit nehmen. Okay, können wir machen. Also, wie fandst du's denn? Bei dem Spiel fällt's mir jetzt grad ein bisschen schwer, weil wir's über so viele Wochen jetzt gespielt haben und tatsächlich, glaub ich, merkt man das, aber ich find's sehr, sehr geil. Ja. Aber zwei Punkte, ich find manche Beschreibungstexte unnötig kompliziert, weiß ich nicht, aber definitiv unnötig detailliert und lang. Gerade jetzt so die gegen Ende mit verschachtelten Sätzen und dann kommt eben, und das ist der andere Punkt, dieser Perspektivwechsel rein. Gefühlt, also, oder? Also, es muss irgendwie sein. Irgendwas ist da, ja. Und das ist entweder schlecht gemacht oder einfach mit reinem Text sehr schwer nachzuvollziehen. Ich weiß es nicht. Ja, oder vielleicht als Spielmedium vielleicht nicht ganz so. Oder so. Vielleicht würde es in einem Buch durchaus funktionieren oder so. Oder vielleicht sind wir auch einfach nur verwirrt, ne? Genau. Aber ansonsten finde ich es sehr, sehr cool, weil man hat irgendwie sehr viele Optionen gefühlt, find ich, die allerdings auch dazu führen, dass man hier regelmäßig stirbt. Das ist schon ein bisschen nervig, aber mei, man kann schnell laden und so, ja. Das lädt nicht fünf Minuten oder so. Davon abgesehen, also ich glaube, es ist mit ein bisschen Feinschliff, also was so die UX anbelangt, ja, also die Experience, wie man, also das ständige Sterben und das mit dem Texten, find ich ein bisschen unnötig. Wenn man das optimiert, glaube ich, ist es ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Und wenn ich jetzt mal sagen darf, dass diese unterschiedlichen Enden, die jetzt hier noch kommen, dann ist das, das ist ja der Hammer. Also, ich glaube, das Spiel braucht noch ein bisschen Feinschliff. Ja, nö, also kann ich mich anschließen. Ich würde mir nur wünschen, dass vielleicht die Worte, die man, also die interaktiven Objekte, dass man die vielleicht dick schreibt im Text, ja. Ja, aber gut, das sagst du ja jedes Mal, ne? Also, das könnte man jetzt auf alle Spiele. Ja, aber wenn du halt ein einfaches Spiel hast, was irgendwie auch schneller vorbei ist oder so, weißt du, dann, oder wo du vor allem sehr kurze Texte hast auch, ja. Ich erinnere mich da an das eine, wo wir Steine gesucht haben, weißt du, also da, da war ja nicht so viel Text, glaube ich, da, ne, aber hier ist dann halt echt viel zu lesen teilweise und das, da könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten, genau, ja, war überraschend, also total krass. Ich dachte, es wird ein ganz kurzes Spiel hier, komm, zack, auf dem, auf dem Friedhof und dann wieder runter und dann ist alles gut. Und, und, und dann zwei, drei Episoden, wir sind durch, aber da ist ja jetzt eigentlich nochmal was passiert, wie in so einem richtigen Krimi, ne, dreht die Story am Ende nochmal auf. Ich hätte es noch besser gefunden, wenn, genau wie du sagst, ich die Story jetzt auch verstanden hätte, also wer ist da eigentlich wie, was und hä? Aber, ähm, ja, genau, super, ähm, toll. Und vor allem, muss man ja auch nochmal sagen, ne, es gab ja sehr gute Hinweise, also das war, glaube ich, das waren die, die besten Hinweise, die wir so, äh, hatten, die wirklich so akkurat überpassen und dann mehrstufig gegeben werden und, äh, dass man hier so gerne den Sound an- und ausschalten kann, das war ja auch super nett. Das stimmt, das habe ich jetzt leider nicht gehört hier auf dem Mac, aber. Genau, aber es ist, äh, das ist das erste Mal, dass wir hier so ein Spiel, also da ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganze Menge Arbeit reingeflossen. Das stimmt. Echt beeindruckend, kann man nicht anders sagen, ja. Ähm, ja, nö, das war's. Also vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle, ne? Genau, an die, die nicht die Spoiler hören wollen, ne? Also ansonsten gehen wir jetzt, also es ist nicht viel, also ich kann auch nicht viel vorlesen. Das sind bloß ein paar Stichpunkte, die lese ich, würde ich jetzt mal vorlesen. Also. Genau, also vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bisher hier gehört haben, äh, jetzt ausschalten und, äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge, äh, wenn wir dann ein neues Spiel spielen. Genau. Tschüssi, tschüssi und, ja. Genau. Tschüssi, tschüssi. Du musst auch noch tschüssi sagen. Ja, genau so. Und jetzt, jetzt Falk, jetzt lies mal. Also. Ende, warte mal, welches hatte ich? Ich hatte Nummer zwei. Mhm. Also eins kann ich direkt sagen, Ende Nummer eins. Also er schreibt ganz, 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 ganz am Ende der, ähm, der Komplettlösung schreibt er, der Vollständigkeit halber, Doppelpunkt, Ende Nummer eins, erspielt man, wenn man im ersten Kapitel der Aufforderung des Gärtners folgt und nach Hause fährt. Ach, das geht? So. Das zweite Ende ist das, was ich erspielt habe, das ist, ich hab's schon wieder vergessen, Flucht, wird sie genannt. Aha. Äh, äh, in der Komplettlösung. Das Ende Nummer drei ist das, was du hattest, glaube ich? Ja, genau. Da steht in Klammern, Ruf Polizei. Ja, okay, mhm. Dann gibt, also es gibt acht, ne, ich geh jetzt durch. Ende Nummer vier steht, also neben den Kommandos, die man machen muss, ne, die lese ich jetzt nicht vor, sondern nur was in Klammern dahinter steht zur Beschreibung des Endes. Ende Nummer vier, der Riese versucht seine Mutter anzurufen. Ne. Nur möglich, wenn er von Michael Bunte, ich glaube, das sind, okay, das ist der Typ mit dem, mit dem Gips, so nenne ich es jetzt mal, ja. Ach so, mhm. Wenn, äh, funktioniert nur, wenn er von Michael Ende nicht belogen wurde, Komma, was das Blut am Anhänger seiner Mutter betrifft. Ja. Das Komma hätte ich jetzt nicht vorlesen. Ah, okay, mhm, mhm, mhm. So. Ich hab gesagt, ich soll nicht lügen, Mann. Ja, ja, ja. So. Ende Nummer fünf. Mhm. Der Riese verlässt den Friedhof. Mehr steht nicht da. Also scheinbar stirbt der andere, Böse. Ja. Und auch der mit dem Gips, nenne ich ihn jetzt mal. Also wir. Und man verlässt als Riese, also als, ne, der Große den Friedhof. Ach so. Punkt. Dann Ende Nummer sechs, Michael Bunte, in Klammern der Typ mit dem Gips, glaube ich, äh, bekommt die 56 Diamanten, in Klammern maximal 56 Punkte. Aha. Ah. Ende Nummer sieben. Karl Kollitz, und ich glaube, das ist der, den wir am Ende jetzt mit dem, mit der Schaufel zerdrückt haben. Mhm. Und Michael Bunte verlassen gemeinsam den Friedhof. Was? Michael sagt die Wahrheit über das Blut am Anhänger. Und Ende Nummer acht. Karl Kollitz und Michael Bunte verlassen gemeinsam den Friedhof. Michael ruft die Polizei. So, das sind jetzt alle Enden. Warte, nochmal den letzten, was war das? Ende Nummer acht. Karl Kollitz und Michael Bunte verlassen gemeinsam den Friedhof. Michael ruft die Polizei. Was? Ah, ich hab jetzt schon wieder. Ist Michael Bunte der Böse? Der Gärtner? Oder ist das der Böse? Nee, Michael Bunte ist ja, ähm, behaupte ich jetzt mal, der, den wir die ganze Zeit spielten, mit dem Gips. Also im Prinzip Ende Nummer acht, also sieben und acht sind gleich. Bei beiden verlassen Karl Kollitz, das ist der, den wir zerdrückt haben, und Michael Bunte, der mit dem Gips, glaube ich, verlassen bei beiden den Friedhof. Nur bei Nummer sieben steht da, Michael sagt die Wahrheit über das Blut am Anhänger. Also quasi nicht gelogen quasi. Und Nummer acht steht da, dass Michael die Polizei ruft. Mhm. Vielleicht ist das ja auch der Bruder, der Michael. Okay. Ja, echt beeindruckend. Acht enden, meine Güte. Ja, und tatsächlich eine, also eine wirklich detaillierte Aufsplittung, ne? Also irgendwie bei dem, also, ne, das, das, das nicht Lügen sich dann auch nochmal aufsplittet, ne? Einmal in scheinbar, kann man einmal den Riesen töten, ist ja dir passiert. Und einmal kann man ihn scheinbar auch noch retten, so. Mhm. Ja, wahrscheinlich hätte ich auch versuchen können, den da aufzuwecken oder so, ne? Genau. Aber ich wollte ja nicht, dass der, weißt du. Genau, in irgendeiner, ich hab's jetzt schon wieder geschlossen, aber in irgendeiner der Enden stand ja auch, mhm, irgendwer ruft seine Mutter an. Hm. War das jetzt Michael oder der Hiese ruft die Mutter an? Ich dachte, sie ist schon tot oder was. Ich raff's auch nicht mehr. Also, das soll nochmal jeder selber für sich draus finden. Okay. Ähm, da bin ich raus. Aber, äh, sehr spannend. Sehr spannend, sehr spannend. Schade, weil, weil das ja, ähm, weil das ja sozusagen, äh, faszinierend ist von, von der Struktur. Ja, aber uns kann die Geschichte nicht faszinieren, weil wir checken es halt nicht mehr. So, irgendwie ist es natürlich ein bisschen schade, ja. Aber, hm, hm. Ich muss das, ich bin immer hin und her gerissen, äh, ob der Vielfalt von Spielenden, ob das eigentlich sinnvoll ist oder nicht, weil, also auch bei, bei, in Anführungsstrichen, richtigen Computerspielen, weil ja in seltenen Fällen man die Dinger wirklich mehrmals durchspielt. Und wenn, dann sind 90 Prozent des Spiels laufen eh gleich und dann nur das Ende oder mittendrin unterscheiden sich mal so ein paar Sachen, ne. Und ob das das dann immer wert ist? Ja, es gibt ja viele, die da drauf irgendwie total Wert legen, aber ich bin da wie du, weiß nicht, ob das mit dem Alter kommt oder so. Also ich hab einfach, ich bin, also ich bin, äh, witzigerweise, ich bin, äh, sehr auf Story-Spiele, äh, also, ne, spielig. Magst du gerne, mhm. Ich wusste nicht mehr, wie ich den Satz angefangen hab. Das heißt, ich mag ja Spiele und das heißt, also mit Story, das heißt, eigentlich müsste man davon ausgehen, dass ich, äh, dann auch besonders Spiele mag, die unterschiedliche Enden haben. Aber tatsächlich hab ich dafür absolut kein Interesse. Wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann hab ich's durchgespielt. Dann ist es für mich wie ein, okay, Buch, du Ende gelesen, fertig. Dann blätter ich nicht noch mal die Hälfte der Seiten zurück. Ja, ja, genau. Weil das müsste ich auch voraussehen. Ich müsste auch wissen, an welchen Stellen kann ich mich wie entscheiden. Da müsste ich ja vorher ein Savegame machen, in der Annahme, dass ich nicht noch mal vorher auf 100, 100 Spielstunden, äh, investieren will, um da noch mal hinzukommen. Also für mich macht das mit den vielen Enden, finde ich, aus Sicht des Entwicklers vielleicht interessant, weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Enden erspielen. Aber aus einer persönlichen Sicht, ich brauch nur ein Ende. Ja. Oder, also, oder zwei, ja, ein Gutes und ein Böses, vielleicht so sehr platt ausgedrückt. Ja, okay, okay. Aber ich, ja, ich spiele keine, keine Spiele mehrfach, um, um die unterschiedlichen Enden zu sehen. Ja. Und gute Spiele natürlich verstecken die ganzen Auswahlmöglichkeiten, ne? Ein bisschen auch wie jetzt hier. Scheinbar gibt's so viele Stellen, an denen man sich anders entscheiden kann, dass die, dass die Gesamtheit der vielen Entscheidungen dann ein Ende auswählt. Das heißt, du müsstest dir sogar mehrere Spielstände quasi anlegen, um an der ersten Stelle jeweils einen Split zu machen und in alle Richtungen zu spielen, dort wieder Speicherstände zu machen und dich dann dort wieder unterschiedlich zu entscheiden. Also das ist mir zu anstrengend. Mir reichen jetzt unsere zwei Enden in dem Fall. Ja, das ist ganz interessant, weil, weil, wenn man, wenn man so zurückdenkt, äh, und man trifft sich auf dem Schulhof wieder, ja, und dann, dann ist halt nicht die Frage, hey, wie fandst du das Ende, sondern, hey, welches Ende hattest du? Ja, aber, genau, dann, also ich, dann ist es halt wirklich so, dass man aus dieser Art von Erzählung mit Freunden oder anderen Gamern im Netz, äh, die mehreren Enden toll findet und weniger aus dem, aus der Richtung, ähm, dass man sich selber erspielt hat. Hm. Finde ich. Ja. Naja, ist schon, äh, spannend, aber, äh, Respekt, also das ist ja, da ist echt eine Menge, äh, Arbeit reingeflossen, echt. Hm. Echt, äh, beeindruckend, ja. Ähm. Also ist cool. Cool. Also, äh, schön. Gut, dann, äh, alle, die jetzt noch dabei sind, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ne? 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.